Clipwaffle ist back am Start, gönn dir was zu snacken, jetzt geht's ab mit einer neuen Folge Clipcam. Der andere ist oben am rumschimmeln. Oh, ihr guckt dir die Killcam an. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und der Spawn. Ey, es wird immer besser. Ich bin vor seinen Augen gespawnt, ich bin vor seinen Augen gespawnt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen, falls du mehr davon sehen und nichts verpassen willst, Like, Abo, Glocke, du kennst den Bubz. Ich wünsche dir noch einen chilligen Tag, hau rein!